Die meisten von euch wissen jetzt schon ganz genau, was sie dieses Mal erwartet. Der Film Schöne Bescherung hat sich in den 34 Jahren nach seiner Entstehung zu einem festen Bestandteil des alljährlichen Weihnachtsprogramms entwickelt und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Als den letzten Filmbeitrag in diesem Jahr habe ich ihn aus einer speziellen Liste von 20 Weihnachtsklassikern ausgelost und konnte gar nicht fassen, was es über diesen Streifen noch alles zu erzählen gibt. Schöne Bescherung ist der dritte Film aus der Griswold-Reihe und auch wenn nicht alle Gags so perfekt zünden, ist er für mich doch einer der unterhaltsamsten Vertreter seiner Zunft. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was dieser Film mit Kevin allein zu Hause zu tun hat und wie schwer es in Los Angeles sein kann, eine Toilette verschwinden zu lassen, dann macht es euch bequem und lauscht dem fetten Loser. Willkommen beim fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil. Und auch heute habe ich euch wieder einen Weihnachtsklassiker mitgebracht, der uns auf humoristische Art und Weise daran erinnert, dass man manche Traditionen vielleicht doch aufrecht erhalten sollte. Clark Griswold möchte mit seiner Familie ein grandioses Weihnachtsfest verbringen. Er fährt mit seiner Frau Ellen und seinen Kindern Audrey und Rusty aufs Land, um einen Baum zu schlagen und wählt schließlich den größten aus, den sie finden können. Leider erkennen sie zu spät, dass sie kein Werkzeug zum Fällen des Baums mitgebracht haben. Deshalb nehmen sie ihn einfach mitsamt der Wurzel mit. Kurz nachdem Clark das Monstrum in seinem Wohnzimmer platziert hat, treffen sowohl Clarks als auch Ellens Eltern bei den Griswolds ein, die sich nicht wirklich gut leiden können und sich ständig wegen Kleinigkeiten in die Haare kriegen. Clark behält jedoch eine positive Einstellung und lässt sich nicht von seinem Plan abbringen, der ganzen Familie ein schönes altmodisches Weihnachtsfest zu bescheren. Er dekoriert die gesamte Außenseite des Hauses mit zahlreichen Lichterketten, die mit 25.000 Glühbirnen bestückt sind. Allerdings wollen die nicht ganz so, wie er das gerne hätte. Ellens Cousine Catherine und ihr leicht zurückgebliebener Ehemann Eddie. Ja, es ist Ellens Cousine und Eddie ist nur angeheiratet. Das hat man in der deutschen Fassung einfach umgedreht. Also die beiden treffen unangekündigt mit ihren Kindern Rocky und Ruby Sue und ihrem Rottweiler Rotzi bei den Griswolds ein. Eddie gibt später zu, dass sie in dem Wohnmobil leben, mit dem sie angekommen sind, weil er pleite ist und sie ihr Haus verkaufen mussten. Daraufhin bietet Clark ihm an, Geschenke für dessen Kinder zu kaufen, damit sie Weihnachten trotzdem genießen können. Kurz darauf treffen Clark senile Tante Bethany und der streitsüchtige Onkel Louis ein, was die Stimmung im Haus nicht gerade zum Positiven verändert. Mit der Zeit beginnt sich Clark zu fragen, warum sein Chef Frank Shirley ihm nicht seinen Jahresbonus gegeben hat, mit dessen Hilfe er einen Pool im Garten errichten möchte. Nach einem katastrophalen Weihnachtsessen, der Elektrifizierung von Tante Bethanys Katze und dem Abfackeln des Weihnachtsbaumes überbringt ein Kurier schließlich endlich den Umschlag mit der erhofften Weihnachtsgratifikation. Doch anstelle des erwarteten Bonus befindet sich in dem Umschlag nur eine Mitgliedschaft für einen Verein, der sich dem Kochen ohne Fett widmet. Daraufhin dreht Clark vollkommen durch und äußert während seiner Hasstirade gegen seinen Boss den Wunsch, dass er ihm ins Gesicht schmettern kann, was er von ihm hält. Eddie nimmt Clarks Bitte wörtlich und entführt Frank, der zugibt, die Weihnachtsgelder gestrichen zu haben. Währenddessen ruft Franks Frau die Polizei und ein SWAT-Team stürmt das Haus der Griswolds. Clarks Boss kann die Sache jedoch schnell aufklären. Er sieht von einer Anzeige ab und beschließt, die Gratifikationen für seine Angestellten doch noch auszuzahlen. Als die Familie sich vor dem Haus versammelt, glauben Rocky und Ruby Sue den Weihnachtsmann in der Ferne zu sehen. Clark erklärt ihn daraufhin, dass es sich wohl eher um den Weihnachtsstern handelt, als Onkel Louis einwirft, dass das Licht von der Kläranlage käme. Just in diesem Moment erinnert sich Clark daran, dass Eddie die Abwässer seines Wohnmobils in dem nahegelegenen Regenwasserabfluss entleert hat. Noch bevor Clark ihn aufhalten kann, zündet Onkel Louis sich eine Zigarre an und wirft das Streichholz in den Abfluss, was zu einer riesigen Gasexplosion führt, die die am Straßenrand entsorgte ramponierte Weihnachtsdekoration in den Nachthimmel schleudert. Nach diesem festlichen Anblick feiert die ganze Familie schließlich zusammen mit dem SWAT-Team endlich Weihnachten. Die Geschichte des gebeutelten Familienvaters, der seinen Lieben gerne ein altmodisches Weihnachtsfest bereiten möchte, stammt aus der Feder von John Hughes. Die Story schrieb er bereits 1980 für das Satiremagazin National Lampoon. Ja, denn in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift erschien diese Kurzgeschichte unter dem Namen Christmas 59. Hughes schrieb bereits die ersten beiden Griswold-Streifen und das Studio wollte einen weiteren Film von ihm, den er eigentlich auch nur ablieferte, weil er bereits die Grundstory dafür vorliegen hatte. Die Dreharbeiten begannen am 27. März 1989 in Summit County, Colorado. Von dort aus zog die Produktion weiter zur Warner Brothers Ranch in Burbank, Kalifornien, wo sich die Filmsiedlung befindet, in der die Griswolds ihr Zuhause hatten. Und dort endeten die Dreharbeiten auch am 30. Juni 1989. Der Film startete in den US-amerikanischen Kinos am 1. Dezember 1989 und spielte bei einem Budget von rund 25 Millionen US-Dollar etwa 73,3 Millionen US-Dollar wieder ein. Wohl zu wenig für den deutschen Vertrieb, der den Streifen bei uns am 16. November 1990 direkt auf Video veröffentlichte. Damals noch unter dem Titel Hilfe, es weihnachtet sehr. Doch der Film sollte noch seine Kinoauswertung bekommen. Er wurde nämlich im Dezember 2015 in ausgewählten Kinos gezeigt und erlebte damit seine deutsche Kinopremiere rund 26 Jahre nach seiner Fertigstellung. Aber bis es der Film dann endlich ins Kino geschafft hatte, mussten noch einige Hürden gemeistert werden. Eine davon war der Hauptdarsteller Chevy Chase himself, der mit seinen Star-Allüren den eigentlichen Regisseur schon nach kurzer Zeit vergrault hatte. Es ist wohl allgemein bekannt, dass Chevy Chase dafür berüchtigt ist, am Set schwierig zu sein. Das führte letzten Endes 1989 dazu, dass der eigentliche Regisseur die Produktion recht früh wieder verließ. Eigentlich sollte nämlich Chris Columbus die Regie bei Schöne Bescherung übernehmen. Ja, das ist der, der auch die Geschichte zu Gremlins verfasst hat. Chris Columbus sagte in einem Interview mit dem Chicago Magazine, dass die Stimmung bei den ersten Treffen mit Chevy Chase ziemlich angespannt gewesen sei und der Schauspieler ihn wie Dreck behandelt habe. Auch während der Vorbereitung des Drehs behandelte Chase den jungen Regisseur weiterhin schlecht. Aber Columbus sagte, er habe trotzdem so lange durchgehalten, bis die Dreharbeiten für die Second Unit und die Einspielsequenzen fertig vorbereitet waren. Nach einem weiteren unangenehmen Treffen mit Chevy Chase vor den ersten Aufnahmen rief Chris Columbus John Hughes an und teilte ihm mit, dass er auf keinen Fall mit Chase zusammenarbeiten könne. Hughes hatte Verständnis für sein Anliegen und da er große Stücke auf Columbus hielt, sendete er ihm einige Wochen später zwei Drehbücher zu, von denen Columbus sich eines aussuchen konnte, bei dem er die Regie übernehmen sollte. Eines davon war Kevin allein zu Haus und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja bereits. Als Chase in einem Interview mit Preston und Steve von Radio WMMR aus dem letzten Jahr auf die Geschichte angesprochen wurde, behauptete er, dass er von der Sache nichts wüsste und Chris Columbus auch nicht kennen würde. Tja, danach drehte Columbus noch Kevin allein in New York, Mrs. Doubtfire und Harry Potter 1 und 2. Und 1995 gründete er dann auch seine eigene Produktionsfirma, die 1492 Pictures heißt, weil Columbus 1492 Amerika entdeckt hat. Vollmieter! Nach dem College begann Chevy Chase seine Comedy-Karriere unter anderem als Autor für das Satire-Magazin Mad. Bekannt wurde er aber erst als Mitglied der Comedy-Show Saturday Night Live, wo er eigentlich nur als Autor engagiert wurde. Danach war er hauptsächlich in Kinofilmen zu sehen, wie zum Beispiel in allen fünf Griswold-Filmen, in Fletch 1 und 2, 3 Amigos und Volcanvania, die wunderbare Welt des Wahnsinns. Seine deutsche Stimme erhielt er von Michael Brennecke, den wir noch als den Offsprecher der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY umgelöst im Ohr haben, in der er vor 1989 auch immer wieder als Darsteller mitwirkte. Er war unter anderem die deutsche Stimme von Dustin Hoffman, Elliot Gould und John Larroquette. Beverly D'Angelo studierte Kunst in Italien und arbeitete für Hanna-Barbera als Zeichnerin. Ab 1983 spielte sie an der Seite von Chevy Chase das weibliche Familienoberhaupt Alan Griswold. Sie sahen wir auch in Filmen wie High Spirits, Die Geister sind Willig, Fremde Schatten und einem weiteren Weihnachtshighlight aus dem letzten Jahr, Violent Night. Sie wurde von Dagmar Heller gesprochen. Sie konnten wir zum Beispiel als Erzählerin in Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson oder die Bürgermeisterin McDaniels aus South Park hören. Außerdem war sie die deutsche Stimme von Mia Farrow, Barbara Streisand und Jamie Lee Curtis. Juliette Louise gründete neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin Anfang 2003 die Rock'n'Roll Band Juliet and the Licks, die sich aber nach nur drei Alben Anfang 2009 wieder auflöste. Louise war übrigens von 1990 bis 93 mit Brad Pitt liiert, den sie bei den Dreharbeiten zu Zum Sterben viel zu jung kennengelernt hatte. Einige ihrer bekanntesten Filme sind Meine Stiefmutter ist ein Alien, Natural Born Killers und From Dusk Till Dawn. Für die Rolle des Rusty Griswold war ursprünglich Leonardo DiCaprio vorgesehen. Doch der Casting-Director entschied sich für Johnny Galecki, weil er fand, dass DiCaprio nicht schräg genug rüberkommen würde. Galecki wurde durch die Rolle des David Healy in der Serie Roseanne bekannt, die er von 1992 bis 1997 innehatte und die er für die Folgeserie Die Conners 2018 wieder aufnahm. Seinen größten Erfolg hatte er aber in der Sitcom The Big Bang Theory, für die er von 2007 bis 2019 die Rolle des Physikers Dr. Leonard Hofstetter übernahm. Im Kino konnten wir ihn unter anderem in Bean, der ultimative Katastrophenfilm Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Vanilla Sky und Hancock sehen. Auch Randy Quaid gehörte von 1985 bis 1991 zum Ensemble von Saturday Night Live. In den letzten Jahren machte er durch ziemlich seltsame Videos bei YouTube von sich reden, in denen er behauptete, dass eine Gruppe namens Whackers ihn wegen seines Ruhmes frätseln will. So wie sie es mit Heath Ledger und David Carradine bereits getan hätten. Aus diesem Grund habe er nach Kanada fliehen müssen. Er war schon vor seiner Zeit bei Saturday Night Live im Kino zu sehen, unter anderem in den Filmen Is Was Dog und 12 Uhr nachts Midnight Express. Ab 1986 sahen wir ihn unter anderem in Interceptor, Caddyshack 2, Independence Day und Schöne Bescherung 2, Eddie geht baden. Randy Quaid wurde von dem kürzlich verstorbenen Thomas Danneberg synchronisiert. Seine Stimme begleitete uns von den 70ern bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2018 und er war in der Tat einer der meistbeschäftigten Sprecher in den 80ern und 90ern. Er war die deutsche Stimme von John Cleese, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta, Terrence Hill, Dan Aykroyd, Rutger Hauer, Nick Nolte, Adriano Celentano und Dennis Quaid. Und dann wäre da noch May Questel in ihrer letzten Rolle. Durch ihre Stimme sollte sie weltberühmt werden, doch kennen nur die wenigsten ihr Gesicht. Ab den 30er Jahren war Questel die Originalstimme der Zeichentrickfigur Betty Boop, die sie im Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit 1988 noch einmal sprach. Daneben ließ sie ihre Stimme vielen weiteren Cartoonfiguren, wie zum Beispiel Casper, das freundliche Gespenst und in insgesamt 450 Episoden Popeyes Freundin Olivia Oehl. Brian Doll Murray ist in dem Film als klagsböser Chef zu sehen. Er ist der Bruder von Bill Murray, der 1976 wiederum als Ersatz für Chevy Chase bei Saturday Night Live einstieg. Er war des Öfteren neben seinem Bruder in Filmen wie Ghostbusters 2 oder täglich grüßt das Murmeltier zu sehen. Mit Chevy Chase drehte er die Filme Schatz, du strahlst ja so, Die schrillen vier auf Achse und Wolkenvania, die wunderbare Welt des Wahnsinns. So viele coole Schauspieler. Ha, die 80er waren schon geil. Ihr habt übrigens richtig gehört. Ja, es gibt tatsächlich eine Fortsetzung zu Schönebescherung und die ist auch schon mittlerweile 20 Jahre alt. Warum ihr noch nie etwas davon gehört habt? Na, denkt mal scharf nach. Am 20. Dezember 2003 nahm das Unheil seinen Lauf. An diesem Tag strahlte NBC nämlich ein Spin-Off mit dem Titel National Lampoon's Christmas Vacation 2, Eddie's Island Adventure aus, der bei uns Schönebescherung 2, Eddie geht baden hieß. Der Fernsehfilm fokussiert sich ausschließlich auf Eddies Familie, die einen Weihnachtsurlaub im Südpazifik verbringt. Randy Quaid, Miriam Flynn und Dana Barron übernahmen erneut ihre Rollen aus den vorherigen Vacation-Filmen. Allein die Story sagt alles über die Qualität dieses Streifens aus. Denn weil Eddie bei seinem Job als Testperson von einem Affen gebissen wird, bekommt er als Entschädigung eine Reise in die Südsee spendiert, wo er und seine Familie das Weihnachtsfest verbringen. Und mehr gibt es über dieses Machwerk auch nicht zu sagen. Aber jetzt habe ich noch einige wunderbare Bonus-Infos für euch. Und da wir in diesem Jahr ja keinen Loser-Lausch mehr haben, bekommt ihr die alle jetzt gebündelt in Farbe und ohne Konservierungsstoffe. Das Haus der Nachbarn der Griswolds sollte einigen von euch vielleicht bekannt vorkommen. Denn es ist das Haus von Sergeant Roger Murto aus den Lethal Weapon-Filmen. Dieses befand sich auf einem Teil des Warner Brothers Studio-Geländes und war nur eines von mehreren Häusern, die für verschiedene Filme und Serien genutzt wurden. Im zweiten Lethal Weapon-Film gibt es die berühmte Toiletten-Szene. Und als das Team von Schöne Bescherung zum Drehort kam, lag diese berühmte Toilette noch immer auf dem Rasen vor dem Haus, die die Leute von den Warner Studios dort einfach liegen gelassen hatten. Der Regisseur trug also seinen Leuten auf, diese Toilette zu entfernen. Und so geschah es zunächst auch. Doch etwas später fand Chevy Chase diese Toilette ganz zufällig wieder, nämlich in der Szene, in der er vom Dach fiel und in dem Busch landete. Da drin stieß er nämlich auf die entsorgte Toilette. Die Schauspielerin Diane Ladd, die Clarks Mutter spielte, war sich zunächst nicht sicher, ob sie die Rolle annehmen sollte, weil sie nur sechs Jahre älter war als ihr Kollege Chevy Chase. Doch beim Casting lieferte sie dann eine so überzeugende Leistung ab, dass der Regisseur darauf bestand, dass sie die Rolle unbedingt spielen müsse. Der eitle Nachbar der Griswolds, Todd Chester, wurde übrigens von Arne Elsholz gesprochen. Er war unter anderem die deutsche Stimme von Tom Hanks, Steve Guttenberg, Bill Murray, Kevin Kline, Jeff Goldblum, Eric Idle und Ray Romano. Er war auch für das deutsche Dialogbuch und die Synchronregie bei diesem Film verantwortlich. Wie schon in Gremlins, so gibt es auch in diesem Film eine Anspielung auf den Weihnachtsklassiker Ist das Leben nicht schön. Diesen schaut sich Rusty nämlich in seinem Zimmer an und die Szene, in der Clark den Treppenpfosten mit der Kettensäge abtrennt, ist eine Hommage an die Szene aus demselben Film, in der George Bailey die lockere Kugel des Treppengeländers in Händen hält. Der zweite Regieassistent bei Schöne Bescherung war übrigens Frank Capra der Dritte. Er ist der Enkel von Frank Capra, der bei Ist das Leben nicht schön Regie geführt hat. In der Szene, in der Clark wütend wird, weil er die Lichterketten nicht zum Strahlen bekommt, schlägt er wütend auf den Weihnachtsmann ein. Diese Szene war von Chase improvisiert und stand so nicht im Drehbuch. Hinterher wünschte er sich wohl, er hätte sich an das Skript gehalten, denn bei dieser Aktion brach er sich seinen kleinen Finger, was ihn wiederum so wütend machte, dass er sich auch noch an den Rentieren ausließ. Dieser Griff von Beverly D'Angelo war übrigens auch von ihr improvisiert und gefiel dem Regisseur so gut, dass er die Szene unbedingt so im Film behalten wollte. Den Text für die Szene, in der Clark Griswold feststellt, dass er in diesem Jahr keinen Weihnachtsbonus bekommt und wildeste Flüche ausstößt, hatte Chevy Chase selbst für sich geschrieben. Doch es waren so viele Schimpfwörter, dass er sie sich einfach nicht merken konnte. So klebte er jedem der anderen Darsteller, die um ihn herum standen, einen Zettel auf die Stirn, auf dem jeweils eines der Wörter stand und konnte die Szene so gleich beim ersten Take mit Bravour meistern. Halleluja! Das ist ein Ding! Wo sind die Vali? In der Bett-Szene von Clark und Ellen sieht man Clark einen People-Magazin lesen. Auf dem Cover ist ein ungewöhnlich unscheinbar aussehender Mann abgebildet, der allerdings nicht ganz so unscheinbar war, denn es handelte sich hierbei um den Regisseur des Films, Jeremiah S. Chechik. Die letzten Szenen, die für den Film gedreht wurden, waren übrigens diejenigen, die wir ziemlich am Anfang zu sehen bekommen, nämlich die Innenaufnahmen aus dem Auto der Griswolds. Und der Truck, der sie in jener Szene bedrängt, ist derselbe, den Kurt Russell in dem Film Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser von 1987 fährt. Die Schlitten-Wog-Szene wurde auf einer Skipiste in Brackenbridge, Colorado gedreht, wo es zunächst eine Hitzewelle gab, was man am Anfang des Films gut sehen kann. Doch einige Tage später fing es dann an zu schneien und die Crew konnte tatsächlich alle Szenen drehen, in denen Schnee benötigt wurde. Das Wetter verschlechterte sich aber zusehends und als dann noch ein Schneesturm die Region heimsuchte, kehrte das Team nach Los Angeles zurück, wo die Dreharbeiten erst einmal so weit wie möglich fortgeführt wurden. Das Gebäude, in dem die Schauspieler untergebracht waren, hatte einen Dachboden und Chevy Chase hatte die Idee, die Dachbodenszene dort zu drehen, die er im Sinn hatte und die zunächst nicht im Drehbuch stand, die für den Film aber unheimlich wichtig ist, weil man durch sie besser versteht, warum Clark Griswold unbedingt ein altmodisches Weihnachtsfest für seine Familie herrichten möchte. Das Haus, in dem Clark aufwuchs, könnte einigen von euch übrigens bekannt vorkommen. Es war das Haus von Samantha und Darren Stevens aus der Serie, verliebt in eine Hexe, welches sich ebenfalls auf dem Warner-Studio-Gelände befand. Warum sage ich, es befand sich dort? Ganz einfach, weil Warner Brothers das Gelände, welches bereits seit 1934 Eigentum von Columbia Pictures war, bevor es 1990 in den Besitz der Warner Studios wechselte, im September diesen Jahres für rund 175 Millionen US-Dollar an zwei Immobilienfirmen verkauft hat. Diese wollen dort 16 neue Soundstages, eine Parkanlage und einen 320.000 Quadratmeter großen Bürokomplex errichten und die gesamte etwa 926.000 Quadratmeter große Fläche wird dann nach der Fertigstellung wieder an die Warner Studios vermietet. Dort schritt man dann auch direkt zur Tat und hat bereits im Oktober alle Häuser, die uns aus unzähligen Serien und Filmen vertraut waren, komplett abgerissen. Tja, und damit seid ihr mich auch schon wieder los. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch und allen, die euch nahestehen, ein fröhliches, besinnliches und erholsames Weihnachtsfest. Auf mich wartet schon das nächste Video, der Jahresrückblick. Also macht's gut und denkt dran, den letzten Beitrag gibt's am Freitag.